so hallo wir machen weiter bei jam 2 weil ich aufnehmen muss und die switch gerade nicht ab ich bin kurz wieder in meiner mittlerweile dann alten wohnung denn es hat sich jetzt doch einiges getan ich habe eine schule gefunden an die ich als aushilfe kann die ist auch in der nähe meiner heimat was bedeutet dass ich vielleicht dann jetzt das nächste jahr schuljahr habe ich mich gerade schon gestartet ich habe gerade schon gestartet bei meinen älteren wieder wohnen werde ich das aushalte ich bin gespannt aber darum soll es jetzt nicht gehen deswegen jedenfalls habe ich die switch nicht hier weil ich bin jetzt gerade nur in der wohnung um auszuräumen und da habe ich jetzt nicht alles mitgenommen weil ich will ausräumen und nicht wieder einräumen dann nehme ich so wenig wie möglich hierher mit und nehmen so viel wie möglich hier raus aber das hat sich jetzt ein paar tage alles verzögert und jetzt habe ich keinen part für morgen und da die switch wie gesagt nicht hier ist kann ich das switch nicht weiter aufnehmen mit mario maker also nehmen wir ein paar jamf folgen auf oder eine mal gucken zumindest mindestens eine sowas haben wir hier benötet der miss wirft dies birds yourself of our face the wrath of the lord das ist denn mit dem vogel jetzt ist schon mal kein nichts essbares ach so kann ich spin jumpen okay sie sind einfach insta death okay alles klar ach wie sieht es denn mit der hitbox ist die hitbox jetzt wirklich so klein wie der vogel das kann ja gar nicht sein oder also ich hoffe dass es nett gebaut kann ich zum beispiel in der mitte woher kann der zu mir hinlaufen oha also ist das wirklich so eine kleine ganz kleine hitbox wie geht das denn ähm der hat mich einfach von der plattform gedrängt also die können sich auch hin und her bewegen ach ja okay faszinierend so dann gucken wir mal was wir hier zack äh die taste hat nicht reagiert ich schwöre ich bin hä okay das war ja gerade richtig strange laptop ist wahrscheinlich beleidigt dass ich jetzt mittlerweile schon mal mit dem anderen laptop aufnehme ach mensch so dann sind wir halt mal so frei ja und helfen uns ein wenig schup okay oh oh verstanden ich habe nicht gerafft dass ich da schnell sein muss ich dachte der kommt zurück aber der ist ja grün was ist da warum sind die münzen da wahrscheinlich um anzudeuten dass ich ah den muss ich killen können die fliegen weg bei sprite interaktion das ist ja auch interessant okay ach das ist wirklich ein nicht einfach nur ein umgezeichneter sprite sondern ich habe keine ahnung was ich so ne jetzt kann ich mir die holen aber warum ist dieser kopf da da was will der von mir jetzt gib mir die halt ach jetzt komm schon danke zack zack ach das ist ja krass okay ich wollte nicht zurück was ist wenn ich jetzt hier durchgehe naja das werde ich wahrscheinlich gleich nutzen müssen auf irgendeine dusche das ist nicht normal das sind wirklich satans vögel scheine ja spring über den drüber das ist aber okay du musst dir jetzt hier in die okay kriege ich den nur mit der röhre da ah da ist die röhre da verstanden schau aber das heißt sie können sich überall kann ich auf die spin jumpen ich habe es gar nicht toll ich habe keine ahnung wir werden es auch so nicht erfahren gar nicht also bist du einfach nur irgendwas worauf ich es mit jumpen kann gut das war wohl nicht so gedacht gut das war wohl nicht so das war wohl nicht so gut gut das war wohl nicht so gut ah zu langsam wieder gebraucht um zu begreifen was ich tun soll okay hau kipps ja das ist klar tschüss ah okay wenn sie wegfliegen sind sie sind sie raus aus der tötungsnummer sie sind nur am boden gefährlich okay interesting oh oh jetzt scrollt das einfach das ist ja frech wie jetzt ich meine scrollt ich kann jetzt nicht schneller werden wenn ich jetzt am anfang zu langsam war es ist mit der zeit durch ja bei den abschnitt finde ich jetzt also vom design her finde ich den ganz cool so von der idee her was man tun muss was man halt jetzt wirklich enorm schnell sein muss um die zu erledigen du musst mitkommen äh so nicht so schon um die zu erledigen das finde ich jetzt ganz cool der abschnitt gefällt mir jetzt auch wenn ich natürlich state her und so aber der abschnitt gefällt mir jetzt besser ah Mist hab ich alle erwischt oh got it geht so nicht da muss ich ja ganz besonders schnell sein ah das geht aber auch nur wenn die tastatur mitspielt so macht kaputt macht kaputt pf nein okay so tschüss komm hier rein lauf hopp 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 wiedersehen pilz nee wichtig viel wichtiger als ein pilz ich hätte jetzt es etwas kritisiert wenn man gestorben wäre weil man es nicht abschätzen konnte aber ist okay was kommt jetzt die z ich wollte jetzt halt gucken ob die vögel jetzt da weggedrückt wird wir können es leider nicht mehr sehen ich war zu langsam wir kriegen nicht das to ending ja sorry ist so kein to ending für uns aber das war ja richtig knapp ne ach und jetzt sind wir hier das heißt aber das heißt aber wir haben jetzt nur noch die level for uns ich muss aufpassen dass ich nicht wieder über das spoiler level laufen das heißt natürlich oh ja oh ja okay let's go jemand hat die geschrieben ich kann ja den trick mit der feder anwenden und in solche schwierigen level auch die feder mitnehmen ja wenn ich am anfang solche blöcke sind weil die löschen wir alles also hier muss ich tatsächlich so durchkommen ach das kriegen wir schon irgendwie hin oh mein wie 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 hab ich das jetzt gemacht what what ach scheiße zu spät ach das hab ich zu spät gerafft oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein der state ist scheiße der state ist richtig scheiße oh nein ich hab's versaut oh nein bin ich so schnell oh gott nein das darf nicht passieren oh nein ich brauch die Blumenau nein scheiße das krieg ich nie wieder hin ich hab's ich hab auf ich hab auf Anhieb die stelle geschafft mit der ich letztes mal fast ein ganzes video gestruggelt habe oh gott go 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 nein 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 das muss noch gehen das muss noch gehen ich muss ihn ein bisschen vorschwächen oh gott oh gott oh gott oh oh gott oh gott ok die drei sollten die zwei sollten reichen ah ja okay aber so muss das jetzt funktionieren ja oh Ah, und das muss ich jetzt so timen, dass ich getroffen... Achso, dass ich den kaputt mache und dann getroffen werde. Okay, jetzt ist alles gut. Uff. Oh, wow, das war ja ein kurzer Hauptschritt. Ich meine, klar, ohne mit States. Aber uff. Ach was. Ich muss da so durch. Ja gut, das bin ich eh klein. Jetzt ist es einfacher. Jetzt muss ich nicht mehr durchrutschen. Oh Gott, ey, das war das. Okay. Ich bin gerade enorm erstaunt, dass der Anfang jetzt so... Na? Ich saß das letzte Mal an dieser Stelle. Ihr habt es ja gesehen, wenn ihr es gesehen habt. Und es hat nicht... Ich habe nicht einmal dieses Setup hinbekommen. Und jetzt gehe ich ins Level. Und denke mir so, oh Gott, nein, nein, auch nicht dieses Level online. Wir werden wieder zehn Minuten lang mindestens den Anfang sehen. Ja, und zwei Minuten später sind wir beim Midwaypoint. Okay. Ist in Ordnung. Äh, ist in Wim. Achso, den musst du... Hä? Wie kann ich den verhindern? Aha, verstanden. Glaub ich. Nee. Oder geht der Stern so lange, dass ich... Nee. Nee, ich darf den Stern auf keinen Fall einsammeln. Ich muss wahrscheinlich irgendwie so springen, dass der... Ab... Oh ja, ja, okay. Dass der dann Abflug macht. Ja. Easy. Ähm. So wahrscheinlich nicht. Scheiße. Oh nein. Ganz schlechtes Date. Besseres Date. Oi, oi, oi. Okay. So, und jetzt? What now? So. So. Also der muss gedrückt werden. Oh. Oh. Und ich muss halt hochkommen. Nochmal warten. Wait. Oh, ich hab's verkackt. Okay. Okay, und dann kommt ein... Ein Runterfall. Moment. Wait. Der... Ach so, ich muss den Block auslösen. Ah, okay. Ey, das ist voll cool gebaut, ne? Ich soll garantiert nicht ein Dings machen. Ach so, ein Entzeug machen. Ah. Ja, 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 verstanden. Diese... Wait, nee, das geht nicht. Ich mach einfach ein P-Jump. Was soll's? Ich kann es halt. So. Ist mir egal. Ich check grad nicht, wie das gedacht ist. Machen wir einfach ein P-Jump. Äh, oh ja, die Schellen nicht mehr. Ah ja, so nicht. Grad hatte ich ihn halt. Ach, jetzt krieg ich ihn nicht mehr hin. Jetzt hatte ich ihn einmal. Bin dann zu weit gesprungen, weil ich nicht gesehen habe, dass man in die Röhre muss. Und das war's. Oh ja, was ist das jetzt? Ich muss nur ans Ziel kommen, ne? Das war einfach schon das Level. Okay. Also das hatte ich viele schwierige Stellen. Aber wenn man Stades nutzt, dann ging das voll klar. Ich raff aber, ich komm nicht drauf klar, dass ich den Anfang einfach gemacht hab. Okay, ähm. Das hatten wir schon, ne? Jaja, das hatten wir schon. Jetzt gibt's noch dieses... Wasserlevel? Das da drüben. Oh, Junge. Wie komm ich denn da hin überhaupt? So. Ist da auch am Anfang so ein Block? Ja, shit. Damit hat sich das leider erledigt mit der Feder. Das wird an der Tastatur nicht funktionieren. Ach so, da unten ist der auch noch. Okay. Wait, aber... Moment, jetzt ist aber der Stein schon hier. Das heißt, ich muss... Äh, wie muss ich das denn machen? Ich muss ja auf dem... Äh? Habe ich's schon versaut? Ich kann ja nicht scrollen. Ich wollte grad scrollen. Ich muss ja... Ich muss das mal testen. Ich muss das mal testen. Ja Wenn ich den wirklich gut setze Schaffe ich das mit einem Sprung Okay Kriegen wir zeitlich hin Kriegen wir zeitlich hin Kriegen wir hin Das war dumm Kriegen wir hin Passt Ich muss jetzt nur Sobald ich den State lade springen Und jetzt den Spinscher Passt Kriegen wir zeitlich hin Nice Okay es läuft deutlich besser Als die letzten Male an diesen Stellen Holy moly Ich weiß ja nicht was noch kommt Ich stelle schon mal Ah Verstanden Ich kann erst umstellen Okay Okay Vielleicht nicht ganz so bald Ah das war ein bisschen zu spät Vielleicht so Ne das war zu bald wieder jetzt Ah ich mach vielleicht auch Ja das hat fast gepasst Das war schon besser Nice Ah okay Oh Gott Ich will Ich will den Yoshi haben Äh will ich nicht Also so Und dann so Und dann nehme ich den Pilze Okay verstanden Konzept verstanden Kriegen wir hin Und dann kommt auch schon der Midway Boy das ist auch wieder richtig kurz Das ist gut Ja easy Ja easy Oh Gott Das ist Es ist gar nicht so Oh mein Gott Es ist Es geht Es geht Es geht klar Wenn man ein bisschen mit Safesets rumwurscht Es geht einfach klar Oh Gott Okay So mal gucken was jetzt kommt Ah da will ich Okay da will ich Dann wieder umstellen Meinem allergrößten Notfall Hab ich auch noch Slow Mo Falls es gar nicht Weil ich brauche gar nicht warten Bis die Oder Wieso hat es gerade besser funktioniert Ach hat es eigentlich ja nicht Aber der Also unabhängig von dieser Shell Auf den Cooper Hier muss ich ja eh Oh Gott Was kommt denn jetzt alles Ach so Okay Verstanden Dadurch dass ich die eher runterfallen lasse Kann ich eher davon abspringen Ah ja Und dann muss ich aber direkt das Wasser wieder anmachen Okay Ah ja ich Wieder verpeilt Ich muss Ab wann drücke ich auf den Ich muss den Punkt Ich mach es nochmal an Ich hab es vorhin gesagt Ich kann sie anmachen Das klingt jetzt wahrscheinlich dumm Deswegen machen wir den Sound mal kurz aus Weil wenn man auf ZMZ Slow Mo macht Dann wird das Klingt das brutal Vom Sound her Deswegen Sorry Ich hoffe ihr versteht das So Zack Ah das war die falsche Reihenfolge Also wir gehen rein Wir machen den Wir machen den Aber dann muss ich schon drücken Ja das würde passen Jetzt noch auf den Koopa landen Ach Ich hab wieder vergessen Das war der State Den wollte ich nicht laden Ah Ich bin zu be... Oder? Äh jetzt hätte der Koopa gepasst Äh das gibt's noch nicht Jetzt passt dann beides bitte Jetzt hätte Yoshi wieder gepasst Okay Wir kommen der Sache näher Okay das Problem ist dadurch Dass ich einmal kurz von der Von der Sprungtaste gehen muss Um den Um die Den 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 Das Wasser zu aktivieren Verliere ich ein bisschen Geschwindig Jetzt passt's F Wie muss ich den erwischen? What? Das ist ja Schon Ach Schon ne Nummer Ich muss ja dann Bis da hochkommen Oh Gott oh Gott Ich muss im Prinzip gleich nachwerfen Ich werfe einfach gar nicht Geht auch Okay Aber Selbst wenn ich Yoshi kriege Ich komm da ja nicht mehr hoch Von da Was? Das haut ja hinten und vorne nicht hin Wie soll ich denn diese Höhe erreichen? Äh das verstehe ich jetzt noch nicht Jetzt ganz unabhängig von dem Wassereffekt Aber wie soll ich denn diese Höhe erreichen? Ich mein ich komm hier an Yoshi aber Das war's dann Ich komm ja auch nicht schneller Ich muss ja auch unter dem Manche Der fucking Der Entschuldigung Das heißt wenn ich den treffe Muss ich den auswachen Dann so und dann so Oh Gott was Das wäre ohne Slowmore niemals möglich mit Tastatur Zumindest nicht mit der Entschuldigung die ich habe Oh Gott ey Aber ist ja okay Scheiß drauf Hauptsache wir kommen hier durch jetzt Oh mein Gott ey Ich drücke nie die richtigen Tasten Jetzt hab ich wieder zu spät Okay Wir kommen die Sachen näher Ich muss nur noch kombinieren Jetzt wieder das Wasser umschauen Also am Anfang direkt das Wasser weg machen So dann hier Auf den Delfinlanden Und dann direkt das Wasser wieder weg machen Wie hab ich das denn geschafft Dass ich direkt auf dem Delfin Oh mein Gott So dann war am Anfang mit der erste Der beste Versuch Ach ich drücke aber auch auf die Fall Ja da da drüben springe ich von Yoshi ab Hier springe ich von Yoshi Ja 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 natürlich Jetzt ist er nicht abgesprochen Warum drückt er das V manchmal heute nicht Mann Jetzt ist es wieder nicht Kann ich C und V nicht gleichzeitig drücken Eigentlich doch schon Guck mal hier geht doch Oh Okay Vielleicht brauche ich die Taste auch Doch die Taste brauche ich leider auch noch Oh boy Es ist so krank Warum setze ich da einen State Nichts Was bin ich denn Dumm Geht es von dem State aus Mal gucken Ich muss direkt Laden Drücken Und dann da hoch Es geht von dem State aus Okay es geht von dem State aus Hey das ist Wir waren ja schon fast oben Okay und dann noch den anderen Wir haben es gleich Wir haben es gleich Wir haben die Stelle gleich Ah jetzt habe ich Ich muss Sobald ich zu dem Fisch hochspringe Ich meine Delfin ist egal Sobald ich zu diesem Wassertier hochspringe Muss ich Ja Das Wasser umstellen Also fast noch einen Ticken eher Und dadurch verliere ich aber wieder Ah Dadurch muss ich von der Sprungtaste runter Ah Wie umgehe ich dieses Problem So Das hat jetzt gepasst Okay Ja Ein bisschen zu spät Bisschen zu spät Ja Ja Oh Mama mia Mama mia Extra State Extra State Oh Gucken wir mal Ob ich Für Ein weiterhin Slomo brauchen werde Mein klar Jetzt habe ich mich wieder An die Slomo gewöhnt Wofür ist jetzt das Warum soll ich da unten landen wollen Hä Hä Wo ist der Pilz hier Okay das ist cool Ach Da ist ein Fisch Den habe ich gar nicht gesehen vorhin Verstanden Das ist Ja das war der falsche Knopf Aber das ist eine coole Idee Das ist eine super coole Idee Oh boy Weiß ich ob ich jetzt schon zu langsam bin Könnte zu langsam sein Könnte zu langsam sein Hm Ich glaube ich bin zu langsam Nein es passt Oh Gott ey Wait what Ah verstanden Okay 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 Das ist auch wieder eine super coole Idee Und dann gescheit in die Tür Okay cool Nein 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 Runter runter und Oh das kriegen wir hin Noch einen Ticken schneller Ich hätte schon Ich hätte aus dem Hier schon Ja hier schon Mit Spinchamp hoch Gemüß 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 Oh Ich drücke ja gerade alle Tasten Weil ich es wieder Viel zu knapp gemacht habe Mit dem State hier Ah Mist Nein Yes Oh boy Eieieiei Was 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 Oh Yes Nice Nice One Nice One Wait Das kennen wir noch gar nicht Ja dann Haben wir noch ein Level für den nächsten Part Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal